hallo und willkommen bei der nächsten folge von chef bei koch es freut mich dass sie heute auch wieder dabei sind energizing productivity das ist seit einem guten jahr unser slogan unser claim das wofür wir stehen mit energie haben wir es immer schon zu tun mit energie für die elektrische antriebstechnik und da passt es ganz gut dass es im englischen ein verb gibt das motiviert in die lage versetzt dass einen nach vorne bringt dass einen mit energie lädt to energize leider gibt es keine direkte entsprechung im deutschen aber claims sind ja nun mal international und dann bietet sich das an und productivity produktivität um das geht es das ist es wofür wir alle uns einsetzen um den erhalt und wenn möglich auch um die steigerung der produktivität und so gibt es eine gute kombination energizing productivity produktivität erhalten und steigern unsere kunden und die nutzer von maschinen und anlagen in die lage versetzen sie dazu zu bringen die produktivität zu erhalten und möglichst auch zu steigern und dafür stehen wir hier im fabrikle und so gibt es so viele gute Anita